So jetzt sind wir mal wieder hier im Dungeon. Ich hoffe das ist auch schon der richtige Weg den ich gegangen bin. Wohl nichts. Blöd. Ja, gucken wir mal ob wir nochmal zurück können. Ja, reibs mir unter die Nase. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, wenn es mal irgendwie in einem Sailodus was drin ist. Nein. Ist Nier Automata. Hat zwar nicht hier diesen Anime Look, aber ist wirklich ein sehr sehr arsch geiles Spiel. War ich jetzt hier schon oder? Sollten wir echt die Wege merken. Ne, da bin ich glaube ich lang gelaufen. Dann laufe ich erstmal da lang. So. Alles explodiert. Alles klar. Na gut, auch da muss ich sagen, auch da habe ich es auf der PS4 geholt. Wieso sind so viele Spieleentwickler immer so fahrlässig was PC Portierung angeht. Bin auch noch gerade bei solchen Titeln, ist ja echt schade. Oh, was auch sehr geil wird, nächstes, ich hoffe mal nächstes Jahr, endlich das Final Fantasy 7 Remake. Da warte ich seit 100 Jahren glaube ich schon drauf. Nein, oh come on, aufnehmen. Ja, es war wohl immer noch nicht der Datenträger. Na die sind wohl also laut dem Entwickler schon relativ weit in der Mache, hatten sich jetzt aber erstmal auf Kingdom Hearts auf den neuen Teil konzentriert. Deswegen haben sie Final Fantasy 7 das Remake erstmal komplett auf Eis gelegt gehabt, aber sind wohl auf jeden Fall dran. Also ich hoffe mal nicht, dass es wie Half-Life 3 wird und halt einfach niemals kommt. Das ist ein ewiger Mythos. Hey, da war ein Schatz. Schatz-Truhe, Schatz-Truhe. Wuhu. Hm. Hä, hab ich den Schatz geschnitten? Ja doch. Mal eine kurze kleine Off-Topic-Frage zum Stream. Äh, ich musste ein bisschen was rumstellen. Passt das eigentlich so von der Lautstärke her und halt auch Spiel-Sound gegen Mikrofon-Sound? Ich bin mir echt nicht so sicher, ob das Spielsaum nicht einfach ein bisschen zu laut gerade ist. Okidoki. Danke. Yay! Und wir haben's. Also ich muss sagen, ich hasse Elgato. Ich hatte noch nie so viele Probleme bei einem Stream, als wo ich die PS4 mit der Elgato gestreamt habe, wie ich jetzt hier gehört. Perfekt. Dankeschön. Na passt. Man sollte es eigentlich hinhauen, wenn ich den Sound so knapp unter der Hälfte lautstecke lasse. Nein, 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 nein. So, was brauche ich denn jetzt? Noch ein Quest. Ähm. Heimsach. Jemand hat ein Tagebuch verloren, der Inhalt soll peinlich sein. Darum müssen wir es finden, bevor es jemand anderen in die Hände fällt. Sucht das dieses Tagebuch im Labor der Untergangenen uns Zivilisation. Hm. Dann machen wir das doch auch gleich. Oh. Mir ist gerade noch ein Grund eingefallen, weswegen du das Spiel hier nicht unbedingt kaufen solltest. Ist doch die Ladezeit in der Hölle. Und das für ein neues Spiel. Also wenn du da mal von deiner Hauptstation irgendwo in so einen Dungeon oder sowas reißt, in der Zeit kannst du eigentlich einmal kacken gehen. grab wenig banka ist. Guckick. Snap deine Geiken. .'" Guckick. 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 Daniel James. Es ist das. Ja, scheinbar wenig. Aber zumindest eins hat das Spiel erreicht. Ich habe jetzt Bock, mal die Anime-Serie-Sortat online zu sehen, weil ich muss gestehen, ich habe noch keinen einzigen Teil davon geschaut. Nicht gut, oder was? Arsch, 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 arsch. Hast du ein Anime schon gesehen, oder taugt dir nichts? Immer dann, wenn ich heile, dann... Ach, Mann. Ach so, das ist ein wirklich gut Seel. Dann werde ich auf jeden Fall mal reinziehen. Jetzt bin ich gerade erst mal... Uh! Was? 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 Das macht ja gar nichts. Au, aber hinter mir werde ich geballert. Ich war gestern auf der Comic-Con in Stuttgart. Ich war kurz davor, mir Kireto schwer zu kaufen. Einfach so. Aber habe es dann doch gelassen. Ich bin mir auch noch ein Kleiner. Ich bin ein kleines Eis. Ich bin ein kleines Eis. Das ist ein kleines Eis. Ich bin ein kleines Eis. Wo ist denn hier der Eingang? Ja, ich glaube, das werde ich mir mal als nächstes reinziehen in Sword Art Online. Ich muss aber erst mal noch das 7 Deadly Sins fertig gucken, bin ich gerade bei der zweiten Staffel. Ist auch ganz geil, Matsuo kann ich auch nur empfehlen. Ich habe mir gestern die komplette erste Staffel davon angeguckt und die 2 UVA habe ich jetzt schon gesehen und 7 Deadly Sins, The Holy War oder so. So ein 4 Teile Special. Ach, leck mich doch. Ich suche jetzt den Eingang. Mann. Kann doch nicht so blöd sein, den Eingang zu finden. So, ich glaube, es gibt hier gar keinen Eingang. Das ist einfach das, wenn er hier sucht. Ah. Weg mit dir. So, wo könnte hier ein Schatz liegen? Ja, aber irgendwo muss ja das Labor sein. Also, wo ist hier ein Labor? Ich habe irgendwas von Fate habe ich auch schon gesehen, aber ich weiß leider nicht mehr genau welches. Das ist schon eine ganze ganze Weile her. Da ich momentan einfach immer nicht weiß, was ich gucken soll, mache ich es mir einfach ganz einfach. Schau einfach in Google, die besten, die meisten und guck einfach die Liste durch und fertig. Wo ist denn hier ein Labor? Oh. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und Google ist dein Freund. Oh, wenn sie deine ganzen Daten auslesen. Was davon sieht bitte aus wie ein Labor? Das ist da oder? Nein. So auf. Oh. 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 Oh, oh. ja ich bin so ein kleiner junkie was das angeht ich hab netflix amazon prime max der kann nicht die serie diesen part von fade angucken ohne die anderen alle gesehen zu haben oder sind die nicht miteinander verknüpft von der story her oder brauche ich da irgendwelches vorwissen von fade um das anzugucken und zu verstehen ok der schatz da vorne war schon der wo ich schon eingesammelt habe oder nicht ich glaube phase zero habe ich schon gesehen ja ich bin echt nicht mehr sicher verzieh dich oh was leuchtet denn da so gelb ja ich bin spoilern gewohnt irgendwie spoil ich mich leider immer selbst so ein wenig bei den ganzen animes und so bisschen blöd also noch ein grund nicht das spiel zu kaufen ist man findet das scheiß ist ja ja Hm. aus irgendeinem grund ist jetzt gerade leider mein chat verschwunden ich kann nicht mehr lesen was du schreibst schau mal kurz was den hier nochmal aufmachen kann schau mal kurz was den hier nochmal aufmachen